Ein Mensch, der völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, erreicht mit Sicherheit das spirituelle Königreich, denn er widmet sich voll und ganz spirituellen Aktivitäten, in denen die Ausführung absolut und das, was in ihnen geopfert wird, von gleicher spiritueller Natur ist. Erklärung Hier wird beschrieben, wie Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein einen Menschen letztlich zum spirituellen Ziel führen können. Es gibt verschiedene Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein und sie alle werden in den folgenden Versen beschrieben. In diesem Vers jedoch wird vorerst nur das Prinzip des Krishna-Bewusstseins erklärt. Eine bedingte Seele, die in materielle Verunreinigungen verstrickt ist, handelt mit Sicherheit in der materiellen Atmosphäre. Doch sie sollte sich aus dieser Umgebung befreien. Der Vorgang, durch den die bedingte Seele aus der materiellen Atmosphäre herausgelangen kann, ist Krishna-Bewusstsein. Ein Patient zum Beispiel, der an einer Darmkrankheit leidet, weil er zu viele Milchprodukte zu sich genommen hat, kann durch ein anderes Milchprodukt, nämlich Quark, geheilt werden. Wie in der Gita erklärt wird, kann die in die Materie versunkene Seele durch Krishna-Bewusstsein geheilt werden. Im Allgemeinen ist dieser Vorgang als Yagya bekannt, als Aktivitäten, Opfer, die einfach zur Zufriedenstellung Vishnus bzw. Krishnas ausgeführt werden. Je mehr die Aktivitäten der materiellen Welt im Krishna-Bewusstsein verrichtet werden, das heißt, allein für Vishnu, desto mehr wird die Atmosphäre spiritualisiert. Brahman bedeutet spirituell. Der Herr ist spirituell und die Strahlen seines transzentralen Körpers werden Brahma-Jyoti, seine spirituelle Ausstrahlung genannt. Alles, was existiert, befindet sich in diesem Brahma-Jyoti. Aber wenn das Jyoti von Illusion, Maya, das heißt Sinnesbefriedigung bedeckt ist, wird es Materie genannt. Dieser materielle Schleier kann durch Krishna-Bewusstsein augenblicklich entfernt werden. Die Opferung im Krishna-Bewusstsein, das verzehrende Mittel einer solchen Opferung oder Spende, der Vorgang des Verzehrs, der Gebende und das Ergebnis sind zusammengenommen Brahman, die absolute Wahrheit. Die absolute Wahrheit, die von Maya bedeckt ist, wird Materie genannt. Materie, die in den Dienst der absoluten Wahrheit gestellt wird, gewinnt ihre spirituelle Natur zurück. Krishna-Bewusstsein ist der Vorgang, durch den man das illusionäre Bewusstsein auf das Brahman, den Höchsten, richtet. Wenn der Geist völlig im Krishna-Bewusstsein verankert ist, befindet er sich in Samadhi, Trance. Alles, was in solchem transzentralen Bewusstsein getan wird, wird Yagya, Opfer für den Absoluten genannt. In diesem Zustand spirituellen Bewusstseins wird der Gebende, die Gabe, der Verzehr, der Vollzieher oder Leiter der Opferung und das Ergebnis oder der letztliche Gewinn, alles, eins im Absoluten, dem Höchsten Brahman. Das ist die Methode des Krishna-Bewusstseins.